Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Smart TVs Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Grundig 49 VLX 6000. Der Grundig 43 VLX 6000 BP ist ein Fernseher, der zusätzlich einige funktionale Smart Telephone-Funktionen bietet und zusätzlich durch solide Handarbeit identifiziert wird. Dieses Design wird auch in zahlreichen Displaygrößen angeboten, wobei das Sortiment auf ca. 65 Zoll erweitert wird. Eine detaillierte 4K-Auflösung erstreckt sich über den gesamten Bildschirm. Der HD-Trib-Dünner für TV-BTC HD garantiert ebenfalls ausreichenden Empfang, obwohl Sie selbstverständlich zusätzlich einen Kabelfenseer und eine G-Plus-Komponente für Pi TV an dieses Gerät anschließen können. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Hisense H50 NEC 5205. Wahrscheinlich kennen Sie zusätzlich die TV-Versionen des Herstellers Hisense, die meist bei Fußballspielen und ähnlichen Show-of-Events vermarktet werden. Diese Geräte der asiatischen Marke sind durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis gekennzeichnet und sind in der Regel viel billiger als die Modelle von Sony, Samsung sowie LG. Der Smart-Television Hisense H43 NEC 5205 hat beispielsweise eine Display-Dimensien von 43 Zoll, obwohl Sie diese Version mit bis zu 65 Zoll erhalten können. Dank der 3840 x 2160 Pixel erreicht die Auflösung eine 4K-Ebene und garantiert auch ein umfassendes Bild für Sie. Die Ultra-HD-Upscaling ist zusätzlich spezifisch faszinierend, da Sie keine hochauflösenden Web-Inhalte haben, die Sie anzeigen möchten. Auf Platz 3, haben wir die Sony KDL32WD755. Die Marke Sony ist auch für Premium-Fun sehr für den Wohngebrauch bekannt, die in der Regel durch große Fotohohe-Qualität identifiziert werden. Dies gilt zusätzlich für das KDL32WD755-Design, das über mehrere Smart-Televen-Funktionen verfügt und daher hier in dieser Checkliste der effektivsten Modelle zu entdecken ist. Sony richtet die X-Reality Pro Option ein, die ein erstaunliches Bild in Bezug auf die Pracht von Informationen gewährleistet. Wenn Sie also großen Wert auf eine hervorragende Auflösung legen und auch eine Version in Full-HD für Sie ausreichen könnte, werden Sie eine großartige Option im Vergleich zu den weitaus teureren Versionen nutzen, die sich in 4K oder HD niederlassen. Umzug auf Nummer 2, haben wir die LG 55 U635V. Der Hersteller LG liefert auch besonders einfach zu bedienende Smart-Televens, wobei das Gerät mit der Modellbezeichnung 55 U635V eine Wahl für Sie sein sollte, wenn Sie diesem eine große Bedeutung beimessen. Die Variante mit einem 55-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von HD oder 4K und ist aus diesem Grund auch mit einer starken Rate erhältlich, wenn man sich die technischen Eigenschaften sehr genau anschaut. Insbesondere der Hersteller LG hat tatsächlich eine sehr klare Benutzeroberfläche eingerichtet. Wenn Sie also nicht so viel Erfahrung mit einem Smart-Television haben, können Sie eine einfache Schnittstelle erwarten, um sicherzustellen, dass Sie alle Anwendungen und Programme, die für Sie relevant sind, innerhalb weniger Sekunden arrangieren können. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Samsung UE 55 Mu 6179 U. Der Samsung UE 55 Mu 6179 U ist ein gut ausgestatteter, weiser Fernseher, der nicht nur über verschiedene moderne Funktionen verfügt, sondern auch einen Bildschirm, der in Ultra HD gleich ist. Diese klavere Television ist leicht verfügbar für Sie in verschiedenen Display-Bildschirmgrößen von 45 Zoll bis 75 Zoll zu wählen, wobei Samsung hat eigentlich auch beschlossen, sowohl eine klassische flache und abgerundete Version dieser Television bieten. Mit der hochauflösenden HD-Version mit 55 Zoll Bildschirm können Sie eine Gesamtauflösung von 3840 x 2160 Pixeln erwarten. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.